Hier noch eine kleine Fussnote von heute. Wie bestellt und nicht abgeholt, so muss sich Doris Leuthard gefühlt haben. Ihr Antrittsbesuch in Berlin begann eher hat sich. Die Bundespräsidentin kommt vor dem Kanzleramt an, die Staatskarosse fährt weg. Ja und dann passiert ganz lange nichts. Leuthard wartet. Von Merkel keine Spur. Endlich die Kanzlerin. Nach dem Protokollfehler fällt die Begrüssung zwischen den beiden mächtigen Frauen dafür umso herzlicher aus. Genau, das ist alles, was ich sage. Ne, nur zwei, jetzt aus dem Augen hinaus. Ja, wie geht's. Ja, wie ging es. Vielen Dank.